In diesem Video probiere ich einen geheimen Klempner-Trick aus, um meinen verstopften Abfluss wieder frei zu bekommen. Der Trick ist unglaublich einfach und kommt ohne Pömpel aus. Auch starke chemische Rohrreinigungsmittel braucht man dafür nicht. Mit dem geheimen Klempner-Trick soll sich die Abflussverstopfung mühelos und in kurzer Zeit entfernen lassen. Und umweltfreundlich soll es auch sein. Ich zeige, wie genau der Klempner-Trick funktioniert und prüfe, ob das wirklich so einfach geht, wie behauptet wird. Der geheime Klempner-Trick stammt nicht von mir und so geheim ist er wahrscheinlich auch nicht mehr, denn in anderen Videos wurde er bereits erwähnt. Um den Effekt zu messen, habe ich vor den Reinigungsversuchen einmal die Zeit gestoppt. Also wie lange es dauert, bis dieser Eimer Wasser bei meinem verstopften Abfluss abfließt. Wir sehen, dass der Abfluss nicht völlig verstopft ist. Es aber sehr lange dauert, bis das Wasser abfließt. Hier hat es gut eine Minute und 35 Sekunden gedauert. Dass der Abfluss verstopft ist, wird auch schön sichtbar, wenn ich den Geschirrspüler einschalte. Er ist am Siform mit angeschlossen. Wenn der Geschirrspüler das Schmutzwasser abpumpt, dann läuft es nicht schnell genug ab und wird zurückgedrückt in das Spülbecken. Das ist so nicht richtig und war nicht immer so. Bevor gleich der einfache Klempner-Trick zum Einsatz kommt, noch kurz der Hinweis, dass die Verstopfung, die wir gesehen haben, hier bei mir nicht im Siphon ist. Das weiß ich, da ich es im Vorfeld bereits einmal komplett demontiert und gründlich gereinigt habe. Die Verstopfung befindet sich also weiter hinten in den Abflussrohren. In dem Teil, der sich nicht demontieren lässt, weil er in der Wand bzw. im Fußboden verläuft. Grundsätzlich muss man das Siphon vorher nicht demontieren und per Hand reinigen, um den Klempner-Trick zu verwenden. Er lässt sich auch direkt anwenden. Ich halte es aber trotzdem für eine gute Idee, das Siphon abzuschrauben und den Dreck so vorher einmal zu entfernen. Das hat sich in meinem Fall auch gelohnt gehabt, denn es war schon recht verengt und zugesetzt. Das Siphon habe ich anschließend wieder montiert, damit das Spülbecken benutzt werden kann. Denn das brauchen wir jetzt für den Klempner-Trick. Alles, was wir dann noch benötigen, ist handelsübliches Spüli, egal von welcher Marke. Der geheime Klempner-Trick besteht jetzt darin, dass wir als erstes etwas Spülmittel in den Abfluss geben. Dazu entfernen wir zunächst das Sieb, falls vorhanden, und drücken dann eine größere Menge von dem Spüli in den Abfluss. Damit der Trick gleich funktioniert, ist etwa eine halbe Flasche Spüli nötig. Völlig umweltfreundlich ist das natürlich auch nicht, aber im Vergleich zu starken chemischen Rohrreinigungsmitteln wahrscheinlich die bessere Alternative. Dann verschließen wir den Abfluss und lassen das Spülbecken mit heißem Wasser bis oben hin volllaufen. Hier bei mir schließt das Ablaufventil allerdings nicht mehr komplett. Deshalb habe ich stattdessen einen Eimer verwendet und ihn bis oben hin mit heißem Wasser gefüllt. Als nächstes öffnen wir dann den Abfluss und lassen das Wasser aus dem Spülbecken ablaufen. Falls sich das Ablaufventil nicht bequem von oben öffnen lassen sollte, sondern dafür in das Wasser gegriffen werden muss, um den Stöpsel zu ziehen, dann bitte daran denken, dass das Wasser sehr heiß ist. Vielleicht besser eine Zange oder anderes geeignetes Werkzeug verwenden, um den Stöpsel zu ziehen. Ich habe hier jetzt stattdessen den Eimer Wasser in das Becken gegossen. Die Idee hinter dem Trick ist, dass das Spülmittel wie Gleitmittel wirkt, um die festsitzende Verstopfung jetzt wegzuspülen. Dafür die größere Menge Wasser, die mit mehr Druck durch das Abflussrohr fließt. Möglichst kochend heißes Wasser. Gleichzeitig soll das Spüli dabei Fettreste lösen. Im Prinzip sollte dieses Vorgehen jetzt schon ausreichen, um die Verstopfung zu entfernen. Im Idealfall löst sie sich und es ist bereits deutlich sichtbar, dass das Wasser plötzlich schneller abfließt. Parallel dazu können wir auch noch mal heißes Wasser laufen lassen und auch noch mal etwas Spüli dazu geben. Bei mir hat das augenscheinlich leider nicht richtig geholfen, um die Verstopfung zu entfernen. Auch die Zeitmessung hat meinen Eindruck bestätigt. Hier hat es jetzt 1 Minute und 37 Sekunden gedauert. Also etwa gleich lang wie zuvor mit 1 Minute und 35 Sekunden. Der Unterschied ist auf meine nicht ganz so präzise Messung zurückzuführen. Ich habe deshalb noch mal einen zweiten Versuch gestartet. Auch das hat aber leider keine ernsthafte Verbesserung gebracht. Eigentlich sollte sich bei einer größeren Menge Wasser am Spülbecken auch ein sichtbarer Strudel bilden, wenn es schnell genug abfließt. Das ist hier aber nicht der Fall. Zum Schluss habe ich nach dem weiteren Versuch noch mal die Zeit gemessen. Diesmal hat es 1 Minute und 20 Sekunden gedauert. Also allenfalls minimal besser als es zuvor gewesen ist mit 1 Minute und 35 Sekunden. Auch der Geschirrspüler drückt nach wie vor das Wasser zurück ins Spülbecken, weil es nicht schnell genug ablaufen kann. Bei mir hat der geheime Klempner-Trick also nicht funktioniert, um die Verstopfung zu entfernen. Damit will ich den Trick oder das Vorgehen aber nicht grundsätzlich in Frage stellen. Ich halte es für eine gute Alternative zu chemischen Rohrreinigungsprodukten. Sie kann funktionieren, ein Versuch ist es wert. Falls nicht, hilft vielleicht bei euch auch eine Rohrreinigungsspirale weiter. Bei mir konnte ich damit die hartnäckigen Verstopfungen entfernen. Wenn dieses Video nützlich war, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder über einen Kommentar mit euren Erfahrungen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.